informer schön wir sitzen diesmal nicht bei jared im taxi 32 prozent armlehne öffnen niederlage super einen blick zu werfen hallo geld ja schön sonst ist es drin es hätte ja auch was anderes sein können ja schön wunderbar wir können mal klopfen aber ich glaube wir kennen die typen ähnlich hallo 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 ja ich dachte sie fragen nie in richtung der grenze einfach nach norden können wir die musik ausmachen hat diese musik ist wahrscheinlich ach komm ja können wir die musik ausmachen ich gehe lieber zu fuß vielleicht ist sie gar nicht so schlecht ja sie ist toll samba ja lieber fahren wir mit dem taxi und hören uns das an als dass wir unsere schritte auf der straße hören besser ist es noch neun kilometer bis zur grenze so zwei hörstürze später alter profi road 96 der see wie schön ich habe schon wieder starke dich auf jeden fall so wir kennen uns gut aus wir wissen ganz genau wo lang wir müssen die frage was für sprayen sprayer wählt dann können wir noch ein bisschen geld hier lassen ich weiß nicht ob wir das brauchen oder hilfe was ist denn hier los ich dachte ich kenne alles oh nein heurio die höhle brennt oh mist ganz schnell geld nehmen geld liegen lassen äh ne das machen wir nicht ist jared hier oh gott es ist jared schnell weg ja klar oh nein oh nein sie haben uns ich konnte doch nicht weg laufen oh mein gott und ich dachte das wäre jared das war die polizei nein tie-rack-poster ah nehmt sie weg oh hilfe ah ich kann es nicht ertragen du meine güte ich glaube die haben uns ganz schön verprügelt kennen wir den nicht wer seid ihr wo bin ich in a holding cell near the border they brought you in last night ach das ist doch max der kassetten und snacks verkäufer das ist doch schon tage her oder nicht meine augen sie sind mein kopf tut weh they beat you that's why but you should start to feel better soon wir haben sie dich erwischt sind es nur wir beide wie haben sie dich erwischt wie lautet deine geschichte wie lange bist du schon hier wie kommen wir hier raus we don't we wait until we're sent to the pits won't be long now nein max was was ist hier los your friends been chosen for a new treatment will turn him into a good teenager yet nein max ihr monster oh nein max tie-rack ich hasse dich so ich hasse dich so das alles was mir bleibt ist die toilette aber keinem hat mir gesagt wo die sachen alle hinschwimmen vielleicht komme ich auch nicht raus damit warte mal toilette tie-rack poster ich habe eine idee so mein freund das ist mein protest ich weiß schon was ich damit mache mit dem ganzen klopapier und ich weiß auch schon welche seite ich von dem papier benutze so jetzt lernst du mal eine andere seite von mir kennen lieber tie-rack du Arschgesicht so dann machen wir das mal ganz kurz Rache ist bitter und warm so ähm ja das war eklig wir erholen uns mal ein bisschen 9. September Wahltag was ist los oh Gott lassen sie mich einfach in Ruhe Aufstände die Revolution ist da lassen sie mich einfach in Ruhe was ist da draußen los was ist das für ein Geräusch Demonstration it's election day and scum like you want to make trouble you need to go now time to get you in the truck Fanny go 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 Fanny du Verräterin oh nein das gibt's ja gar nicht Max ich bin froh dich zu sehen Max alles in Ordnung Max Max oh Gott die Revolution ist da bitte holt uns hier raus bitte wir halten an wir halten an holt uns raus ich hasse dieses Land oh Gott der ist fertig Sonja hier live at the border on election day where events have quickly turned into a heated protest fires are spreading as rioters in high numbers have gathered at the wall the tension is rising at a new hat jared who help help how do they expect me to do a transfer in this look at this man this is crazy it's happening the babies will save us ja bitte holt uns raus what are they doing they know we're in here right stop that get your hands up stop what was that a prison van has just been flipped over go go get him out everybody to the wall where the hell is Robert big John did you see Alex you saw Alex where is he at the wall kid come with me I got to find someone alles klar hol mich hier raus this way young lad alles klar bin schon hinter dir there's an opening up here oh my god nein Alex Alex mit der Bombe John don't get any closer I'm warning you oh nein bitte nicht bitte bitte nicht die Proteste sind im vollen Gange mach das nicht stay out of this this is for the brigades for my parents your parents wouldn't have wanted you to give your life Alex how do you know Robert said Robert is a liar no you're the liar you promised me that you'd tell me about them Alex you don't understand I do understand John you wasted my time and you're wasting it now your mom and dad Alex Naomi and Steven they built it built what the first bomb we were gonna use it but there was a problem at the last moment that's when Connie and I my girlfriend tried to take Tyrak out in the truck we'd worked too hard to come up empty handed but we missed and Tyrak detonated the explosives on the peak and my parents were killed yes and Connie and so many others that day why didn't you tell me this sooner John I thought it radicalized you push you to build the bomb and I didn't want you to hate me then I should activate this bomb to do what my parents couldn't they wouldn't have wanted you to die for this Alex believe me Alex won't listen to me can you talk to him please young blood yeah John ich weiß nicht das hat ja letztes Mal auch nicht so gut geklappt ne ok wir versuchen es mal neben Alex sitzen talk to him young blood ok ich setze mich jetzt hier neben eine Bombe hm Alex bitte tu das nicht hör auf John nur dieses eine Mal John doesn't know anything nothing he'll tell me anyways they loved you Alex they loved you more than the world you hear me it's not fair they're gone and I never got to know them I know it isn't but if you activate this bomb you'll be taking someone else's parents away I guess I guess you're right there I disarmed it oh I'm so proud of you come on let's don't move hands up and turn around slowly it's you the transmitter guy hands up I said mom don't shoot Alex your mom's a cop get out of here Alex that voice wait papa bear no you know each other yeah turns out I've been chatting on the CB with the very person I was after well it's not great for me either the woman I love being a cop and everything love yeah love ha don't make me laugh listen I'm sorry I stood you up I chickened out you think I care about that now my mom and Mr. Ursus we're gonna go on a date my mind is gonna explode Alex I told you get out of here listen to your mom so how do you know each other again I did some work for the brigades for info on my bio parents John knew them yeah right it's the truth my girlfriend and I were friends with Alex's parents your girlfriend she died in 86 I've been trying to protect Alex you gotta believe me you're not doing a very good job are you take a look around how many deaths are you responsible for because of that radio but I've made some terrible decisions not a day goes by that I don't regret them ah boo hoo so what am I supposed to do let you go is that it well I can't I'm a police officer please mom lower your gun get out of here Alex drop the gun Alex stop get away from him John John Alex Alex supporters on the other side of the wall have broken through and are now fighting the border forces with the brigades could this be it is the revolution really happening John nein nein nicht John dem Kampf anschließen oder fliehen ja also Gott wie hab ich mich in Fanny getäuscht wie habe ich mich in Fanny getäuscht aber ich kann hier nicht gehen ich kann nicht einfach so gehen und fliehen wir müssen uns dem Kampf anschließen für John now might be a good time to go sir Alex nicht auch noch Alex Zoe fire at will nein sir do it Zoe nein 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 Die Aufruhrung, die das heute angefangen hat, hat die meisten von Petria geschehen, um eine fair, demokratische Ereignisse. Floris gewandt durch eine Landslide, und hat gesagt, dass er viel zu verabschieden hat, was Tyrak hat getan. Tyrak wurde verabschiedet und versucht seine Schulden. Die Pferde waren geschlossen, und die Bühne kamen, auch. Doch es ist viel zu früh, zu erzählen, was die Zukunft von meinem Land hat. Für die erste Mal in vielen Jahren, gibt es Hoffnung. Und das ist, am besten, ein guter Ort zu beginnen. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ganz kurze Zusammenfassung. Ich bin ein bisschen geschockt, dass John tot ist. Aber ich denke, er ist jetzt wieder bei seiner Freundin vereint mit seiner alten Freundin Conny. Und ich denke mal, Zoe hat überlebt. Denn ansonsten hätte sie uns das gar nicht alles erzählen können. Ja, hier sehen wir Sonja mit ihren Brüdern auf der Insel. Jared mit seinem Dinosaurier-Gieskännchen auch auf der Insel. Wie schön. Also, es ist ja noch mal gerade so gut gegangen, würde ich sagen. Obwohl John vielleicht auch noch überleben hätte können. Patria ist auf jeden Fall besser geworden. Und das ist auch unser Verdienst. Und ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, wie gesagt, fürs Zuschauen. Und freue mich auf euch im nächsten Let's Play. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020